hallöchen freunde ja ich möchte nur kurz bescheid sagen dass sich die special folge gta also die hundertste folge um einen tag verspätet weil sie so gigantisch geworden einfach nur richtig krass fett länger als eine stunde ja die überlänge hat überlänge und das war halt so viel material zu schneiden synchronisieren und zu rendern und dann noch das hochladen lädt jetzt im moment hoch aber ja dauert halt noch ein bisschen deswegen tut mir leid aber eigentlich sind auch praktisch das ist ein freitag morgen der sechste dritte der freitag da erscheint das special dann habt ihr wenigstens auch jedenfalls die meisten von euch zeit sich das auch anzugucken auf jeden fall sehr geil geworden und ja hört mal naja die rupe ist neu aber klar immer noch mal hin nichts zu hören kein eigenrauschen was ist denn das der onkel hört sich sowieso ganz komisch an ja ich habe neues mikro headset wort er war ja vielleicht ein bisschen ungewohnt muss man sich vielleicht daran gewöhnen aber groß ist der unterschied nicht ich hoffe das geht klar ja ich habe bis jetzt ein bisschen rumgefummelt er hat ein bisschen schon die ganze zeit herumfummeln und versucht den perfekten die perfekten abstimmung zu finden und es ist sehr empfindlich man hört jeden kack aber darauf achte ich ich muss mir noch so ein wie heißen die dinger so ein dämpfer oder was diese stoffteile auf jeden fall die manche jetzt am mikro haben muss ich mir noch eins holen weil ich ja bis alles zu klein gucken wo ich was herbekommen aber gut mit micro special kommt morgen tut mir leid aber es wird auf jeden fall geil und ja ein tag verspätung ist ja eigentlich nicht schlimm aber auch heute keine gta-erfolge weil es so viel arbeit war und ich echt mal eine kleine pause brauch deswegen jetzt nur das kurze ding aber gut ihr wisst bescheid und ja morgen dann das special hoho das wird geil also dann euer onkel sagt tschüss hoho es ist so empfindlich das headset ich flüster da nur noch ein ich teste die sounds einfach okay haut rein mein scherz hat habe ich jetzt extra gemacht mein gott der ist behindert erst macht er die folge einen tag später und dann macht er noch so faxen hier nur weil ein mikro neu ist hat ich glaube ich spinne okay genug von den faxen ihr wisst bescheid morgen folge 100 freut euch drauf wird richtig geil tschüss ich habe gerade mal die aufnahme angehört und da hat man hin und wieder mal dieses hier gehört wisst ihr das liegt wollte ich nur ganz kurz sagen halt daran dass ich diesen komischen schützen und ich habe wie vorhin schon gesagt habe diese ich habe hier von so einem xbox headset den schutz drüber gequetscht aber der ist scheiße wenn ich genau mit dem mund drauf halte dann kommt das halt manchmal vor deswegen brauche ich dieses stoff ding oder wie auch immer diese teile heißen aber jetzt habe ich das erstmal so gemacht so so spiele ich jetzt normalerweise ich bin jetzt in der normalen position habe das jetzt ein bisschen runter gedreht damit die luft die ich manchmal ausstoße nicht direkt in das mikro baller solange ich dieses schutzteil nicht habe aber keine sorge das wird nicht so bleiben ich bemühe mich ja immer darum die qualität so schön wie möglich zu machen was macht er für geräusche junge ok ihr wisst bescheid ich wiederhole mich jetzt nicht folge 100 und so morgen ja 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 bla 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 ich wollte euch das nur noch mal kurz sagen mit dem ok ok also da tschüss